Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes – dazu der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN – zur Berichterstattung im Hinblick auf die zweite Lesung hat der Herr Abg. Schwarz das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren! Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, der LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. – Vielen Dank. Sigmund Freud ist ein guter Mann gewesen. – Ich rufe zur Debatte auf. Als ersten Redner ist Herr Abg. Wagner, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist vollbracht. In dieser Woche wird der Hessische Landtag das neue Hessische Schulgesetz verabschieden. Wenn ich mir die Beratungen dieses Gesetzes und auch die Anhörung anschaue und das vergleiche mit Schulgesetzänderungen aus früheren Legislaturperioden, dann lief das doch diesmal in meiner Wahrnehmung sehr konstruktiv und nicht übermäßig kontrovers. Das gibt doch einen Hinweis darauf, dass wir mit den Änderungen in diesem Schulgesetz auch sehr nah an der schulischen Wirklichkeit und schulischen Praxis sind. Die große Überschrift nicht nur der Legislaturperiode und nicht nur dieses Schulgesetzes ist, mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit an unseren Schulen verwirklichen. Diesem Ziel dienen all die Veränderungen, die wir mit dem Schulgesetz jetzt auf den Weg gebracht haben. Das sind einige, meine Damen und Herren. Erstmals in einem hessischen Schulgesetz finden wir die rhythmisierte, Ganztagsschule in gebundener und in teilgebundener Form, ebenso wie den Pakt für den Nachmittag. Wir haben also die ganztägige Arbeit von Schulen auf eine neue, auf eine verlässliche gesetzliche Grundlage gestellt, damit unsere Schulen alle Möglichkeiten haben, das Ganztagskonzept zu realisieren, was sie vor Ort für die Schülerinnen und Schüler brauchen und das vor Ort von den Eltern gewünscht wird. Meine Damen und Herren, wir belassen es nicht bei der Gesetzesänderung, sondern wir hinterlegen dieses Gesetz mit finanziellen Mitteln für den Ganztagsschulausbau, den es in diesem Umfang in Hessen noch nie gegeben hat. Deshalb wird in Hessen in diesem Schuljahr kein Antrag auf eine rhythmisierte Ganztagsschule abgelehnt, kein Antrag auf den Pakt für den Nachmittag abgelehnt. Es wird uns das auch im kommenden Schuljahr gelingen, weil dieses Thema uns wichtig ist und weil wir die Schulen in dem unterstützen wollen, was sie vor Ort auf den Weg bringen wollen. Wir machen die integrierten Gesamtschulen in unserem Land zu Schulen mit allen Möglichkeiten. Schon immer waren die integrierten Gesamtschulen die Schulen, die auf alle Bildungsabschlüsse unseres Schulsystems vorbereiten. Jetzt erhalten die integrierten Gesamtschulen neu die Möglichkeit, ihren Unterricht komplett binnendifferenziert organisieren zu können, wenn sie das für das beste Förderkonzept für ihre Schülerinnen und Schüler halten. Meine Damen und Herren, in anderen Bundesländern wird über ein solches pädagogisches Konzept jahrelang geschritten, werden neue Schulformen aus der Taufe gehoben, die dann Sekundarschule, die dann Stadtteilschule heißen. Wir ermöglichen unseren integrierten Gesamtschulen so zu arbeiten, weil wir eine bewährte und eine gute Schulform des längeren gemeinsamen Lernens in Hessen bereits haben. Mit dem neuen Schulgesetz schreiben wir fest, dass in Hessen keine neuen eigenständigen Hauptschulen mehr gegründet werden können, und die bestehenden eigenständigen Hauptschulen werden auf Grundlage der Beschlussfassung der Schulträger auslaufen. Auch hier tragen wir der Praxis Rechnung. Die Eltern haben in den vergangenen Jahren mit den Füßen abgestimmt. Eigenständige Hauptschulen werden von ihnen nicht mehr akzeptiert. Das sagt nichts aus über die Arbeit, die Lehrerinnen und Lehrer in diesen Schulen leisten. Aber Eltern wollen, dass ihre Kinder an einer Schule verschiedene Möglichkeiten haben, dass mindestens der Hauptschul- und der Realschulabschluss, am besten auch der Gymnasialabschluss, an einem Standort möglich sind. Dieser veränderten Wirklichkeit tragen wir auch mit diesem Gesetz Rechnung. Meine Damen und Herren, wir haben darauf reagiert, dass es an den Schulen vielfältig Kritik daran gibt, wie Inklusion, also der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung umgesetzt wird. Ja, hier gab es Verbesserungsbedarf. Ja, hier wurden wir auf viele Probleme in der Praxis hingewiesen. Deshalb verwirklichen wir mit dem neuen Schulgesetz die inklusiven Schulbündnisse. Zwei Punkte will ich da herausgreifen. Uns wurde immer wieder gesagt, die Förderschullehrkräfte im inklusiven Unterricht sollen nach Möglichkeit mit ihrem vollen Stundendeputat an einer Schule sein müssen. Sie sollen also nicht hin- und herreisen müssen zwischen verschiedenen Schulen, sondern sollen an einer Schule integriert sein in die Arbeit des Kollegiums. Genau das setzen wir jetzt mit den inklusiven Schulbündnissen und mit dem neuen Schulgesetz um, meine Damen und Herren. An einem zweiten Punkt haben wir bei den inklusiven Schulbündnissen darauf reagiert, was uns die Praktiker gesagt haben. Sie haben gefragt, warum es im Bereich der sonderpädagogischen Förderung eigentlich zwei verschiedene Zuweisungssysteme gibt. Ein Zuweisungssystem für die Förderschulen auf der einen Seite und ein Zuweisungssystem für den inklusiven Unterricht auf der anderen Seite. Und noch mehr, warum war dieses Zuweisungssystem für den inklusiven Unterricht eigentlich bislang von den Stellen gedeckelt? Auch darauf haben wir reagiert. Künftig gibt es eine sonderpädagogische Ressource, und für die Verteilung dieser Ressourcen ist der Elternwille maßgeblich, die maßgebliche Grundlage. Daran wird entschieden, fließt diese Ressource in die Förderschulen oder fließt sie in die inklusive Beschulung. Meine Damen und Herren, das ist eine zentrale Stellschraube. Wenn wir unserem Anspruch, dass kein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf mehr gegen den Willen der Eltern an einer Förderschule beschult wird, Rechnung tragen wollen, dann ist das die entscheidende Stellschraube. Auch diese haben wir mit diesem neuen Schulgesetz auf den Weg gebracht. Eigenständige gymnasiale Oberstufen werden wieder möglich mit diesem Schulgesetz. Das ist vor allem und aktuell eine gute Nachricht für die Außenstelle der Max-Beckmann-Schule in Frankfurt, die sich das händedringend wünscht, dass sie eigenständig arbeiten kann. Aber es ist auch eine wichtige Bereicherung für das Schulsystem insgesamt. Gerade die eigenständigen Oberschulen können durch ihr spezifisches Angebot für Schülerinnen und Schüler, die mit einem guten Realschulabschluss auf die Oberstufe kommen, ein Angebot machen. Somit haben wir auch hier einen Beitrag geleistet, das Bildungssystem durchlässiger zu machen, Bildungsbarrieren abzubauen und dafür zu sorgen, dass tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler den Abschluss erreichen können, der tatsächlich ihren Fähigkeiten entspricht. Auch erstmals in einem hessischen Schulgesetz findet sich jetzt die Zusammenarbeit von beruflichen Schulen mit einer Produktionsschule, also mit einem pädagogischen Angebot, das sich speziell an Schülerinnen und Schüler richtet, die sonst keinen Schulabschluss erreichen würden, die sonst keine Ausbildung erreichen würden. Auch hier reagieren wir mit einer neuen Antwort und mit einer gesetzlichen Verankerung. Wir haben in der Anhörung zugehört, was uns dort die Expertinnen und Experten gesagt haben, und das gilt auch für das Thema Werbeverbot. Hier will ich die wichtigste Aussage vorne heranstellen. Werbung an unseren Schulen war, ist und bleibt verboten. In der Anhörung wurde uns aber gesagt, formuliert das bitte so, dass das an den Schulen nicht so missverstanden werden kann, dass auch eine Zusammenarbeit mit Unternehmen, beispielsweise zur Organisation einer Ausbildungsmesse, künftig der ausdrücklichen Genehmigung des Ministeriums bedarf. Das war nie gewollt, und deshalb haben wir die Formulierung angepasst. Aber die zentrale Aussage ist, bislang gab es kein gesetzliches Werbeverbot, und künftig gibt es ein gesetzliches Werbeverbot an unseren Schulen. Lassen Sie mich noch einen Satz zur größten Oppositionspartei der SPD sagen. Sie sagt uns immer in vollmundigen Reden, was jetzt im Bildungsbereich alles zu tun ist. Dann hätte ich jetzt erwartet, dass man bei der Beratung des zentralen Gesetzes für den Bildungsbereich, nämlich des Schulgesetzes, irgendetwas vorlegt. Meine Damen und Herren, es gibt bis heute keinen einzigen Änderungsantrag der Sozialdemokratie in diesem Haus. Immer, wenn es im Bildungsbereich konkret wird, immer, wenn die SPD sagen müsste, was sie denn eigentlich will, legt sie nichts, aber auch gar nichts vor. Das ist nicht zum ersten Mal so. Beim Bildungsgipfel, wir erinnern uns, vor zwei Jahren hat die SPD ihre Arbeit genau zu dem Zeitpunkt eingestellt, wo der Minister sie aufgefordert hat, zu benennen, welche konkreten Veränderungen sie will. Meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie, so funktioniert es nicht. Vollmundige Reden, aber kein einziges konkretes Konzept vorlegen, so funktioniert es eben nicht in der Bildungspolitik. Was ist denn Ihr Vorschlag zur Weiterentwicklung der Ganztagsschulen? Was würden Sie denn konkret anders machen in der Ganztagsschulentwicklung, meine Damen und Herren von der Opposition? Was würden Sie denn in der Schulstruktur anders machen? Außer, dass Sie sagen, so wie es Schwarz-Grün macht, würden Sie es nicht machen. Ja, wie würden Sie es denn machen? Dann trauen Sie sich doch endlich einmal einen konkreten Vorschlag zu machen, über den wir reden können. Was würden Sie denn beim Thema Inklusion anders machen? Da finde ich es besonders spannend, weil das, was wir mit dem neuen Schulgesetz jetzt auf den Weg bringen, ist in weiten Teilen die Regelung, für die sich die Sozialdemokratie in Rheinland-Pfalz feiern lässt. Daran haben wir uns orientiert, an dem, wie es in Rheinland-Pfalz gemacht wird. Wenn es Schwarz-Grün in Hessen macht, sagt die Hessen-SPD, so darf man es aber nicht machen. Wie sie es anders machen würden, verschweigt sie. Aber so funktioniert es nicht, meine Damen und Herren. Ich mache Sie auf die Linienzeit aufmerksam, Herr Kollege. Deshalb fasse ich zusammen. Wir haben eine Reihe von Verbesserungen mit diesem Schulgesetz auf den Weg gebracht. Mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit ist unser Ziel. Ich glaube, mit diesem Gesetz kommen wir ein gutes Stück auf dieses Ziel hin und werden das weiter verbessern. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Ich darf um etwas mehr Ruhe bitten. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin froh, dass ich sagen kann, mit dem heutigen Tag, mit dieser Debatte, wird ein monatelanger Kampf um Themen in dieser Schulgesetznovelle beendet, erfolgreich beendet, weil wir uns durchgesetzt haben, weil die Koalition ihren Irrweg verlassen hat bei der Frage eines radikalen Werbeverbots, das dort geplant war. Ich darf nur den einen Satz, man kann sich den so leicht merken, einmal zitieren, auf den sich die Problematik von Werbung und Sponsoring für die schwarz-grüne Koalition reduzierte. Werbung ist unzulässig. Punkt. Das war die Antwort der Koalition auf die Herausforderungen, die sich unseren Schulen stellen. Das war natürlich völlig daneben. Das hat die Anhörung gezeigt, die wir intern durchgeführt haben. Das hat die Anhörung vor dem Ausschuss gezeigt. Sowohl die betroffenen Schulen, insbesondere die beruflichen Schulen, wie auch die Wirtschaft haben Ihnen sehr deutlich gesagt, sie haben sich vergaloppiert. Meine Damen und Herren, das, was dann als Antwort kam, na ja, wir werden das in der Begründung ein wenig korrigieren, das waren die Aussagen, die damals kamen. Auch das funktionierte natürlich nicht. Jetzt folgen Sie unseren Anträgen, unseren Vorstößen. Wir haben zwar unsere beiden Anträge im Ausschuss abgelehnt bekommen, aber das ist ja mehr ein Ritual, das wir kennen. Inhaltlich haben Sie es vollständig übernommen. Dafür sind wir Ihnen dankbar. Herr Kollege Boddenberg, da Sie in der Materie nicht so sehr zu Hause sind, will ich es hier einfach nur noch einmal deutlich machen, worum es ging. Wir hatten beantragt, bei dem Thema Werbeverbot erstens zum Thema Sponsoring zu schreiben. Sponsoring sei erlaubt, wenn diese Hinweise mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule vereinbar sind und die Werbewirkung deutlich hinter den schulischen Nutzen zurücktritt. Jetzt passen Sie gut auf, Herr Kollege Boddenberg. Vielleicht können Sie mir anschließend den Unterschied zu der Formulierung, die jetzt in Ihrem Gesetzentwurf steht. Dann ist Sponsoring erlaubt, wenn die damit verbundene Werbewirkung begrenzt und überschaubar ist, deutlich hinter den schulischen Nutzen zurücktritt und dass Sponsoring mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule vereinbar ist. Inhaltlich ist es völlig identisch. Vom Wortlaut her ist es fast identisch. Meine Damen und Herren, das ist gut so, dass Sie das übernommen haben. Da bin ich ausdrücklich dankbar dafür, Herr Kollege Boddenberg, dass wir das so machen. Dann ist die eigentliche Frage des daneben bestehenden unstreitigen Werbeverbots einmal andersherum formuliert. In unserem Antrag hieß es, nachdem wir erst erklärt haben, wann Sponsoring zulässig ist. Im Übrigen ist Werbung, die nicht schulischen Zwecken dient, in der Schule grundsätzlich unzulässig. Das war unsere Formulierung. Was schreiben Sie? Den Unterschied können Sie mir anschließend auch gerne wieder erklären. Werbung für Produkte oder Dienstleistungen ist an Schulen unzulässig. Dann kommt die Erklärung, wann es doch zulässig ist, wann Sponsoring zulässig ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihr Antrag ist inhaltlich genau das Gleiche, was wir beantragt haben. Deswegen kann ich sehr deutlich und dankbar sagen, dass diese Koalition umgekehrt ist und dass Sie uns inhaltlich folgen, dass es noch einen kleinen Wehmutstropfen gibt, Herr Minister. Ich weiß, Sie sind ja gar nicht selbst zu der Auffassung, dass man die Schulen gängeln muss. Aber insbesondere der größere Koalitionspartner hat da schon immer die Vorstellung gehabt, den Schulen müssen wir eher misstrauen. Deswegen soll es immerhin Richtlinien des Kultusministeriums geben. Okay, damit können wir leben. Wenn Sie sich damit verabschiedet haben, dass in jedem Einzelfall Sponsoring der Genehmigung des Kultusministers unterliegen sollte, das war ja der Ursprung. Meine Damen und Herren, in der Tat, mit dem, was jetzt vorliegt, haben Sie zu 95 % komplett unseren Vorschlag übernommen. Damit können wir leben. Und was viel wichtiger ist, damit kann unsere Gesellschaft leben, damit können unsere Schulen leben. Das ist ein Novum. In dem Bereich werden wir diesem Änderungsantrag zustimmen können. Ich will auch erklären, warum das bei anderen so ist. Ich will nur zum Werbeverbot abschließend noch sagen, von der SPD hat noch niemand gesprochen, aber wir wissen es ja. Wir werden es dann auch hören. Dort ist man in diesem Punkt diametral anderer Auffassung als wir. Das nehmen wir zur Kenntnis. Wir haben auch heute eine Sammlung übergeben bekommen von Internetunterschriften. 20.136, ein dickes Paket, viel Papier verbraucht worden. Das Spannende daran ist, ich habe einmal durchgeguckt, die Namen, die da alle drinstehen, sagen einem weniger etwas. Spannend ist, bei manchen steht wenigstens dahinter, von wo die Leute kommen, die dort unterschrieben haben. Wenn ich mir die ersten zehn anschaue, sind immerhin zwei aus Hessen dabei, also 20 % derer, die dort unterschrieben haben, haben etwas mit unserer hessischen Thematik zu tun. Das ist sicherlich nichts, was uns hier letzten Endes beeindrucken kann. Der zweite Änderungsantrag, den wir gestellt hatten, hat etwas zu tun mit der Verlängerung der Schulzeiten für Kinder, für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, wenn es sinnvoll ist, dass die Schulzeit verlängert wird. Auch da haben Sie eine andere Formulierung gewählt, an einer anderen Stelle im Gesetz. Inhaltlich ist genau unser Anliegen getroffen. Es gibt die Möglichkeit der Verlängerung um drei Jahre, und im Zweifelsfall auch noch einmal um weitere zwei Jahre. Auch das ist richtig und gut so, wie wir es beantragt haben. Sie haben es anders formuliert, aber inhaltlich übernommen. Das ist das Entscheidende. Ich war ein bisschen erstaunt, als ich meinem Vorredner zugehört habe, was diese Schulgesetznovelle doch alles für tolle Neuigkeiten bringt. Ich muss sagen, ich habe sie mir angeschaut und gesucht. Wo sind denn diese tollen Neuigkeiten? Was macht denn diese Novelle? Sie renoviert an den üblichen Stellen, wie man das in jeder Wahlperiode machen muss, die eine oder andere Vorschrift. Das ist Technik, das ist normales Handeln, nicht mehr und nicht weniger. An ein paar anderen Stellen versucht sie, das nachzuvollziehen, was ohnehin Realität an den hessischen Schulen schon ist. Das ist aber echte Neuerungen, Herr Kollege Wagner. Da hilft noch so lautes Jubilieren nicht. Das sucht man in diesem Gesetz vergeblich. Ich will nur kurz erwähnen, es gibt natürlich auch einige Punkte, wo man es hätte besser machen können, als es in diesem Gesetzentwurf vorliegt. So ist prinzipiell festzustellen, dass beim Thema Inklusionsbündnisse, die jetzt festgeschrieben werden sollen, erst die Zukunft zeigen wird, ob der Weg denn der richtige ist. Unsere Zweifel daran haben wir bereits mehrfach geäußert. Mit Sicherheit wäre es sinnvoll gewesen, zunächst einmal in sehr gründlicher und wissenschaftlich begleiteter Art und Weise die Erfahrungen aus den Modellregionen zu evaluieren und auszuwerten, um diese dann mit einfließen zu lassen. Jetzt schreiben Sie das, was Sie machen, schon einmal ins Gesetz. Na gut, das kann man auch wieder ändern, wenn die Erkenntnis besser wird. Ich hoffe, dass die Evaluation noch kommen wird. Wir werden uns mit dem Thema weiter beschäftigen müssen. Wir müssen uns mit einem anderen Thema beschäftigen. Das wird mit dieser Novelle überhaupt nicht tangiert, nämlich mit der Frage, dass Sie unsere Grundschulen, insbesondere mit der derzeitigen Politik, schlicht an die Wand fahren. Es kann nicht sein, dass Sie ohne Rücksicht auf die Frage, ob denn die nötigen Ressourcen vorhanden sind, jede Grundschule zwingen, radikal umzusetzen, was Sie an Vorstellungen zur Inklusion haben. Wir alle wollen Inklusion. Wir wollen erfolgreiche Inklusion. Wir wollen Inklusion zum Nutzen aller Schülerinnen und Schüler in unseren Schulen, sowohl derjenigen mit besonderem Förderbedarf wie auch aller anderen. Aber das funktioniert eben nur in dem Maße, wie wir auch in der Lage sind, zusätzliche Ressourcen bereitzustellen. So, wie Sie es jetzt machen mit der Brechstange, muss es scheitern. Darüber werden wir uns demnächst auch noch gründlicher zu unterhalten haben. Meine Damen und Herren, die Aufhebung der Schulbezirksgrenzen für Grundschulen, wenn die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Schule mit Förderschwerpunkt besuchen sollen, ist zweckdienlich und klarstellend. So ist es auch bei vielen anderen Themen, die angesprochen werden, die Regelungen zu den Teilleistungsstörungen, die in der Verordnung zur Ausgestaltung des Schulverhältnisses bisher verankert wurde, ist jetzt nach der Anhörung in den Gesetzesrang zu übernehmen. Das ist richtig, wenngleich es auch sinnvoll gewesen wäre, die beiden nachfolgenden Sätze aus § 37 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses auch zu übernehmen. Das wäre eine Kleinigkeit gewesen. Das sind aber alles Geschichten. Der Satz, den Sie zur hochbegabten Förderung einfügen, greift zu kurz. Denn hier sind nicht nur die Beratung der Schülerinnen und Schüler und ergänzende Bildungsangebote erforderlich. Es bedarf eines grundlegenden Konzepts zum Ausbau der hochbegabten Förderung, das die Bedürfnisse ernst nimmt und sich nicht auf Allgemeinplätze zurückzieht. Auch hierüber, das verspreche ich Ihnen, werden wir uns noch unterhalten. Meine Damen und Herren, zum Schluss lassen Sie mich das Fazit ziehen. Es verbleiben nach dieser keineswegs großartigen Novelle, Herr Kollege Wagner, kleine Mängel. Man hätte manches ein bisschen schöner, manches ein bisschen besser machen können. Ich habe es schon gesagt, das Ganze ist der Versuch einer Renovierung des Schulgesetzes. An zwei Stellen sind sie umgekehrt. Das ist für uns die entscheidende Botschaft. Weil sie an diesen beiden wichtigen Stellen umgekehrt sind, sage ich Ihnen für die FDP-Fraktion, dass wir sowohl Ihrem heutigen Änderungsantrag zustimmen und, nachdem der dann beschlossen ist, gilt auch die alte Beschlussempfehlung nicht mehr, in unveränderter Form anzunehmen. Wir werden dann auch trotz der beschriebenen Mängel der Schulgesetznovelle insgesamt zustimmen. Das Wort hat Frau Abg. Faulhaber für die Fraktion DIE LINKE. Meine Kolleginnen und Kollegen, bitte etwas mehr Ruhe. Man hört Sie heute Abend überraschend laut. Danke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kultusminister, die von Ihnen vorgeschlagene Novelle des Hessischen Schulgesetzes lehnen wir in dieser Form ab. Nicht nur, dass wieder einmal der Mut zu wirklichen Reformen fehlt, die brächt dieses altbackene Schulsystem wirklich dringend. Aber nein, hinzu kommt noch, dass Sie deutliche Verschlechterungen planen. Das gilt besonders für den Bereich der schulischen Inklusion. In Ihrem eigenen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf, der nach langer Ankündigung letzte Woche tatsächlich noch auf unseren Schreibtischen landete, beziehen Sie sich auf die Landesanhörung zum Schulgesetz. Sie loben sich dafür, eine Anregung des Landesverbandes für Legasthenie und Dyscalculie zu berücksichtigen. Das ist ja auch soweit gut und richtig. Speziell geht es hier nämlich um den Förderanspruch bei Teilleistungsstörungen, wie z. B. Lesung und Rechtschreibschwäche. Was Sie aber jedoch nicht erwähnen, ist die Tatsache, dass all die anderen Kritiken an Ihren Inklusionsplänen überhaupt keine Berücksichtigung finden. Sie sind nicht darauf eingegangen, dass Inklusion nur gelingen kann, wenn der Ressourcenvorbehalt fällt. In der Anhörung wurde vielfach darauf hingewiesen, dass insbesondere die personellen Voraussetzungen nicht gegeben und viele Lehrkräfte überlastet sind. Es wurde darauf verwiesen, dass multiprofessionelle Teams nötig sind, statt einiger weniger Förderstunden pro Woche. Wirklich massive Kritik wurde an den inklusiven Schulbündnissen geübt und an den geplanten Schwerpunktschulen, was leider an ihnen spurlos abgeglitten ist. Ich möchte Herrn Wesselmann vom Verband Bildung und Erziehung zitieren, der sich zu den Schwerpunktschulen wie folgt äußerte. Zitat Inklusion ist etwas anderes. Inklusion steht im inhaltlichen Widerspruch zu Schwerpunktschulen, wo man Schülerinnen und Schüler mit einem entsprechenden Anspruch auf Schulen bzw. Klassen konzentriert, um die Ressourcen zu bündeln. Wir mahnen an, beispielsweise für die Bereiche Lernen und Sprache, die sehr breit sind, eine sonderpädagogische Grundausstattung für alle Schulen einzurichten, sodass man hier keine Schwerpunktschulen benötigt. Meine Damen und Herren, der VBE war keineswegs die einzige Institution, die sich derart über die inklusiven Schulbündnisse mit ihren Schwerpunktschulen geäußert hat. Aber er hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Was hier geschaffen wird, ist nämlich keine Inklusion. Das ist eigentlich Exklusion. Was bedeutet das in der Praxis? Dass Kinder mit einem Förderbedarf nicht wohnortnah und zusammen mit ihren Nachbars, Kindern, Freunden und Sportkameradinnen in die nächstgelegene zuständige Grundschule gehen dürfen. Sie werden gegebenenfalls kilometerweit über das Land zu einer Schwerpunktschule gefahren. Das nennen Sie dann Inklusion? Warum soll so verfahren werden? Weil die schwarz-grüne Landesregierung sich weigert, tatsächlich ausreichend in die schulische Inklusion zu investieren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ja, klar. Aber bleiben wir doch bei der Inklusion. Gänzlich außen vor bleibt in dieser Gesetzesnovelle die Inklusion in der beruflichen Bildung. Sie haben zwar Produktionsschulen inzwischen gesetzlich verankert, aber die staatlichen Berufsschulen erhalten für ihre inklusiven Leistungen, die sie eigentlich schon immer erbringen, keinerlei Unterstützung. Inklusion soll wohl aus Ihrer Sicht weiterhin einfach so nebenher mitgemacht werden. Das ist ignorant. Für alles Mögliche werden Steuergelder ausgegeben und wahrlich nicht immer sinnvoll. Aber in Kinder will man nicht ausreichend investieren, jedenfalls nicht in die, die aus der homogenen Gruppe der wirtschaftlich verwertbaren Kinder herausfallen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Aus diesem Grund möchte ich noch einmal für unseren Änderungsantrag zum Schulgesetz werben, der in § 52 komplett streicht. So, meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt ist das aufgeweichte Werbeverbot. Da haben sich die Anzuhörenden aus der freien Wirtschaft gelohnt, die die FDP zur Anhörung des Schulgesetzes eingeladen hat. Allein das lässt einen schon erschauern, dass eine Fraktion, vor allem Wirtschaftsvertreter, anhören möchte, wenn es um eine Neufassung des Schulgesetzes geht. Aber gut, es ist halt die FDP. Dass sich Schwarz-Grün aber in diesem wichtigen Punkt, dass nämlich öffentliche Bildung von ökonomischen Interessen unabhängig gehalten wird, davon beeindrucken und in die Enkel treiben lässt, ist echt ein starkes Stück. Diese Ausweichung des eigentlich gut angedachten § 3 Abs. 15 lehnen wir ausdrücklich ab. Werbung und Sponsoring haben an öffentlichen Schulen nichts zu suchen. Ich will gleich noch einmal klatschen, denn das ist nämlich nicht eine Einzelmeinung. Heute Morgen wurde eine Petition überreicht. Über 20.000 Bürgerinnen und Bürger haben das unterschrieben für ein durchschlagendes Werbeverbot an Schulen, für ein starkes Werbeverbot an Schulen. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD des Abg. Janine Wissler Das Argument, dass Schulen durch solch ein Verbot zum Beispiel ihre Werkstätten nicht mehr zeitgemäß ausstatten könnten, ist dieses Argument nicht stichhaltig. Für dieses Problem lautet die Lösung nicht, Lobbyismus an Schulen zuzulassen, sondern endlich dafür zu sorgen, dass die öffentlichen Schulen bestmöglich ausgestattet sind, und zwar alle. Dafür sind Sie nämlich verantwortlich, Herr Kultusminister. Sie sind nicht dafür verantwortlich, dass Wirtschaftsinteressen an den Schulen Einfluss erhalten. Meine Damen und Herren, dies waren jetzt zwei Paradebeispiele dafür, welche Verschlechterungen in dieser Neufassung des Schulgesetzes auf den Weg gebracht worden sind. Die großen Baustellen, wie etwa die ausufernde Mehrgliedrigkeit oder das längere gemeinsame Lernen, sind gar nicht erst angegangen worden. Im Koalitionsvertrag lässt sich zu dem Thema längeres gemeinsames Lernen nur ein kurzer Vermerk finden. Da steht, daher werden wir sowohl Schulen des gegliederten Schulwesens als auch Schulen, in denen länger gemeinsam gelernt wird, verlässlich ausstatten und ihnen pädagogische Weiterentwicklungen ermöglichen. Das hat sich im Wahlprogramm der GRÜNEN zur Landtagswahl 13 noch ganz anders angehört. Da steht nämlich auf Seite 34, falls jemand interessiert, längeres gemeinsames Lernen bis zum Ende der Mittelstufe wollen Sie, und dass Schulen, an denen länger gemeinsam gelernt wird, überall in Hessen wohnortnah eingerichtet werden sollen. Aber na ja, das waren Versprechen vor der Wahl. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU und der CDU und der Abg. Wagner, Herr Wagner, Herr Wagner, Märchen sind eine seltsame Form der politischen Auseinandersetzung. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Der Bundesverband in Hessen hat dazu folgende treffende Bemerkung gemacht. Beides, weder die Arbeit der Enquetekommission noch die Expertinnen-Meinungen, fließen in den Gesetzentwurf ein. Aus unserer Sicht ist das schwer nachvollziehbar und lässt zudem die Wertschätzung aller Mitwirkenden und ihres Engagements in dieser Kommission vermissen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abg. Degen für die Fraktion der SPD. Ihnen fällt es dann leichter. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieser Schulgesetzentwurf ist wahrlich kein großer Wurf. Ich habe auch so eine Vermutung, warum der Kollege Wagner ungefähr gefühlt ein Drittel seiner Rednerzeit darauf verwendet hat, die Opposition zu beschimpfen. Wahrscheinlich war ihm selbst klar, dass da gar nicht so viel drinsteht, mit dem er seine Redezeit hätte füllen können. Meine Damen und Herren, ich will das durchaus begründen. In diesem Schulgesetz, das umfasst 115 Änderungen auf 96 Paragrafen. Da findet man in der Begründung Formulierungen wie klarstellende Formulierungen, klarstellende Rechtsgrundlage, redaktionelle Anpassung, redaktionelle Klarstellung. Das schließt eine Regelungslücke. Die bestehende Verordnungsermächtigung wird präzisiert. Die Neufassung übernimmt die zur Klarstellung, ohne dass sich damit die Rechtslage ändert, konkreter als bisher benannt. Insofern handelt es sich bei der Aufhebung des Satzes um eine redaktionelle Anpassung ohne Änderung der Rechtslage. Rechnet man da einmal nach, kommt man bei den 96 Paragrafen auf 42 Paragrafen, die redaktionell angepasst werden, das sind 43,7 % und auf 30 der 96 Paragrafen, die inhaltliche Konkretisierungen und Anpassungen an die Rechtslage betreiben. Das sind 31,3 %. Meine Damen und Herren, der Rest ist wirklich ein bisschen Substanz. Mir erschließt sich auch wirklich nicht, wie die Koalitionsfraktionen zwei Jahre lang an diesem Gesetzentwurf gearbeitet haben. Da nimmt man den gescheiterten Bildungsgipfel noch mit dazu, der eigentlich ihre Voranhörung war. Da sind es fast drei Jahre. Ich glaube, so lange hat noch nie jemand für ein Schulgesetz in Hessen gebraucht. Dafür ist das, was herausgekommen ist, ziemlich dünn, meine Damen und Herren. Herr Kollege Wagner, ich erinnere mich sehr gut an die vielen Sitzungen, die ich verbracht habe, an die Wortbeiträge, die ich und die Kollegen gehalten haben, an die Papiere, auch an den Brief, den der Kollege Schäfer-Gümbel an den Ministerpräsidenten geschrieben hat. Wir haben uns zahlreich eingebracht, und das hier herunterzureden, finde ich nicht angemessen, Herr Kollege Wagner. Da stelle ich doch lieber einmal die Frage, wie oft waren Sie eigentlich, Herr Wagner, in der Enquetekommission? Wie viele der Papiere, die wir da geschrieben haben, haben Sie gelesen? Denn da sind zahlreiche Positionsbestimmungen zu all den Themen, die angesprochen wurden. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Der Gesetzentwurf ist einfach exemplarisch für diese schwarz-grüne Koalition. Denn dann, wenn Sie sich einigen können, zögern Sie erst raus, und dann schreiben Sie am Ende den Stillstand der Bildungspolitik fest, meine Damen und Herren, oder finden gerade einmal noch Minimalkompromisse. Es scheint, dass die Gerichtsfestigkeit einer Regelung wichtiger ist als die pädagogische Notwendigkeit oder Begründung. Man stellt hier fest, dass der Trend, den wir schon bei den unsinnigen Rückkehrregelungen von den laufenden G-8-Jahrgängen festgestellt haben, immer weiter fortsetzt. Sie delegieren Dinge nach unten, und am Ende sind Juristerei und Bürokratie wichtiger, auch wenn das hier ganz ordentlich gemacht ist, als die Schülerinnen und Schüler. Damit das nicht ganz auffällt, schreiben Sie einige Selbstverständlichkeiten in Ihrem Entwurf, in der Regel vorher untergesetzte Regelungen, die schon längst existieren und schulischer Alltag sind, so wie Sie sich jetzt dafür loben, dass da etwas zu echten Ganztagsschulen im Schulgesetz drinsteht. Meine Güte, das haben wir längst alles in den Richtlinien, die zu Ganztagsschulen drinstehen. Diese Änderungen im Schulgesetz zu echten Ganztagsschulen schaffen keine einzige neue Ganztagsschule in Hessen, meine Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Da, wo Sie dann, das gehört zu diesen ungefähr 25 %, doch etwas ändern, sind so chlorreiche Dinge dabei wie der Pakt für den Nachmittag. Das sind Verschlimmbesserungen. Denn diese Krücke existiert ja nur deshalb, weil die einen hier im Haus ideologisch nicht in der Lage sind, sich zu echten Ganztagsschulen wirklich zu bekennen und sie auch zu unterstützen. Und weil die anderen einfach sagen, da haben wir kein Geld dafür, da sparen wir lieber das Geld, das schon vor Ort die Kommunen in die Betreuung investieren. Daher kommt diese Krücke überhaupt erst zustande, meine Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Der Pakt für den Nachmittag ist nichts anderes als ein Schulgeld durch die Hintertür. Den lehnen wir ab und dementsprechend auch dieses Schulgesetz. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Auch das ist nicht nur Meinung der SPD. Denn wer in der Anhörung zugehört hat, ich will nur an die Umfrage und an die Studie erinnern, die die Landessportjugend durchgeführt hat. Da hieß es in der Anhörung, dass die zum Teil sehr hohen Schulgebühren insbesondere Kinder aus finanzschwächeren Familien abschrecken, meine Damen und Herren. Das ist das Ergebnis der Landessportjugend und nicht der SPD. Meine Damen und Herren, zu inklusiven Schulbündnissen wurde einiges gesagt, denn auch die existieren eigentlich schon. Der Kultusminister hat bereits im Jahr 2016 vorgestellt, auch hier keine wirklich neue Regelung. Im Grunde ist das längst im Verfahren. Hier wird für die Schulen mehr Bürokratie und Koordinationsaufwand geschaffen als für die Landesregierung. Denn wieder einmal geht alles auf die untere Ebene. Die Schulen müssen sich koordinieren, müssen sich absprechen und bekommen dafür wieder einmal kaum Unterstützung. Herr Wagner, sinnvoller wäre einfach einmal, Sie würden einmal sagen, wofür eigentlich Schwarz-Grün, was Sie eigentlich unter einem inklusiven Schulsystem verstehen und wo Sie eigentlich hinwollen, anstatt immer nur den einen Versuch nach dem anderen hier hineinzujagen. Es ging mit dem Modellversuch Begabungsgerechte Schule vor einigen Jahren los. Dann kamen die Modellregionen, jetzt die inklusiven Schulbündnisse. Da ist es doch kein Wunder, wenn die Schulen vor Ort kapitulieren, denn die wissen doch gar nicht, wohin die Reise geht, meine Damen und Herren. Ein ganz anderer Punkt ist der zu der weltanschaulichen Neutralität der Lehrkräfte, meine Damen und Herren. Ich halte es für höchst zweifelhaft, ob der neue § 86 diesen Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts gerecht werden wird. Angesichts des jüngsten Urteils in Bezug auf eine Rechtsreferendarin erscheint mir die Interpretationspraxis der Landesregierung nicht mehr haltbar. Es bedarf dringend einer gesetzgeberischen Klarheit hier. Dazu fehlt aber auch Schwarz-Grün wieder einmal die Kraft, meine Damen und Herren. Ungenögend sind Ihre Regelungen zur Konnexität. Erst jüngst haben sich alle drei Kommunalen Spitzenverbände noch einmal an uns, an das Finanzministerium ebenso gewandt, um deutlich zu machen, dass der Entwurf zum Schulgesetz leider trotz eindeutiger Hinweise im Rahmen der Anhörung der Kommunalen Spitzenverbände eine Fülle von neuen, konnexitätsrelevanten Bestimmungen schafft, ohne zugleich für einen konnexitätsgerechten Ausgleich zu sorgen. Meine Damen und Herren, Sie lassen die Kommunen wieder einmal im Regen stehen. Zum Schluss will ich gar nicht von der Hand weisen, dass es einige Lichtblicke gibt. Der größte ist immer noch die Regelung zu eigenständigen gymnasialen Oberstufenschulen. Ich will nur erinnern, die hatte die SPD längst schon mit einem eigenen Gesetzentwurf beantragt. Damals wurden sie noch abgelehnt. Jetzt sind sie richtig, meine Damen und Herren. Dennoch, das ist wenigstens ein Lichtblick an diesem Schulgesetz. Ebenso verhält es sich mit der Binnendifferenzierung an integrierten Gesamtschulen ein kleiner Lichtblick. Aber auch das sagen mir, die Schulen wird eigentlich schon längst gemacht. Sie legitimieren es jetzt immerhin. Die spannende Frage entscheidet sich aber auch nicht in diesem Schulgesetz, sondern daran, ob wirklich alle, die das machen, ihre Klassengröße auf 25 Schülerinnen und Schüler senken können. Die ersten Nachrichten, die mich bisher aus Schulen erreichen, sind, dass das noch mit einem großen Fragezeichen versehen ist. Denn wenn man erst seine Schüler etikettieren muss, um sie dann ohne Etikett zu unterrichten, ist das ein Widerspruch. Denen gilt es noch aufzuklären. Ebenso sinnvoll ist die Verankerung keine Frage von Produktionsschulen und von Berufsorientierung. Aber all das sind Dinge, die schon längst praktiziert werden und uns hier nicht wirklich voranbringen. Zum Werbeverbot wurde einiges gesagt. Da haben Sie kalte Füße bekommen. Sie schieben auch hier wieder einmal die Verantwortung auf die Schulen ab. Künftig muss jede Schule selbst prüfen, ob ein landesweit organisierter Wettbewerb wie Speed4 durchgeführt werden kann. Meine Damen und Herren, hier schieben Sie Verantwortung ab und öffnen den neuen Schulmarketingagenturen Tür und Tor. Zur Enquete habe ich schon einiges gesagt. Ich finde es absolut respektlos den Akteuren in der Enquete gegenüber. Wir werden dafür bezahlt. Damit können wir leben. Aber die Landesschülervertretung, der Landeselternbeirat und all die Verbände, die da mitarbeiten, die sich zweieinhalb Jahre lang dort eingebracht haben, Sitzung für Sitzung dabei waren, stundenlang Papiere geschrieben haben, finde ich es nicht angemessen, denen so zu begegnen, all dieser Arbeit mit Füßen zu treten und sich über die Arbeit der Enquete hinwegzusetzen. Meine Damen und Herren, aus unserer Sicht ist dieser Gesetzentwurf und ebenso der Änderungsantrag aufgrund der fehlenden Substanz keiner dritten Lesung wert. Meine Damen und Herren, wir lehnen beide ab. Vizepräsidentin Heike Habermann Nochmals vielen Dank. Meine Damen und Herren, das Wort hat für die CDU Herr Kollege Schwarz. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Was für ein schöner Tag. Wir werden heute in zweiter Lesung die Novelle des Hessischen Schulgesetzes zum Schulgesetz erheben. Das ist eine gute Nachricht für die hessischen Schulen, für die hessischen Schulgemeinden, für die Kolleginnen und Kollegen und für alle Schülerinnen und Schüler. Das ist ein Grund zur Freude. Hinter uns liegen intensive Beratungen. Hinter uns liegen die Anhörung und die Auswertung. Bei der Anhörung waren über 40 Anzuhörende zugegen. Einige von Ihnen sitzen auf der Besuchertribüne. Herr Kollege Degen, wir haben in der Tat 115 Änderungen in diesem hessischen Schulgesetz vorgenommen. Ich möchte einen Blick auf die Änderungsanträge werfen. Die FDP hat in der Tat zwei Änderungsanträge eingebracht, zu denen ich gleich noch konkreter Stellung nehmen werde. Die LINKE hat das gemacht, was die LINKE immer tut. Höher, schneller, weiter. Alles umsonst. Besser ist bei Ihnen ausgeschlossen. Das ist ein Widerspruch an sich, Frau Kollegin. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der Abg. Janine Wissler Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ich hatte im Ausschuss darum gebeten, ob Ihre Änderungsanträge einmal in einem Haushaltsantrag, was kostet der Spaß, hinterlegt werden. Darauf bekam ich keine Antwort. Herr Kollege Degen, das ist mir wichtig zu betonen, Sie sprachen eben von wenigen Lichtblicken. Ich bezeichne das Hessische Schulgesetz als großen Lichtstrahl, auch wirklich als einen großen und vernünftigen Wurf. Ich möchte sehr deutlich feststellen, mit den Ansprüchen, die Sie hier immer wieder in diesem Hause erheben, Sie haben 0,0 Änderungsanträge eingebracht, erstens. Zweitens. Sie haben keinerlei Konzept vorgelegt, wie Sie die hessische Schullandschaft gestalten wollten. Drittens. Hätten Sie in irgendeiner Form zumindest einmal etwas breiter Ihr Lob zu dem, was wir als schwarz-grüne Koalition hier vorgelegt haben? Ich komme zu unserem Änderungsantrag zum Thema Werbeverbot und Sponsoring, zum Thema Verlängerung der Schulpflicht für Kinder mit Einschränkungen und Behinderungen und zur Hausgestaltung der ink... Ich bitte jetzt zum letzten Mal um Ruhe. Angenehm ist es schon, wenn man Sie von den Rednern nicht hört. Danke schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Greilich, das will ich schon sagen. In der Anhörung und Zeugen sitzen auch auf der Besuchertribüne, habe ich sehr deutlich gesagt, dass wir nach den Gesprächen mit dem Verband Hessischen Unternehmern, auch mit Industrie- und Handelskammern, mit den Handwerkern die Fragestellung des Werbeverbots noch einmal in den Blick nehmen. Das haben wir getan, und das haben wir auch gehalten. Deswegen haben wir weder eine Verschärfung noch eine Erleichterung in diesem Gesetz zur Rechtsgrundlage gemacht, sondern wir haben schlicht und ergreifend eine Verordnung auf Gesetzesebene gehoben. Das ist uns wichtig. Werbung bleibt verboten an den Schulen. Sponsoring ist ausdrücklich gewünscht und aus meiner Sicht auch erforderlich. Wer sich intensiver mit Schulleitungen und Kolleginnen und Kollegen austauscht, weiß sehr genau, dass vor Ort am besten die Menschen entscheiden können, mit wem sie kooperieren. Wer sich einmal mit den Vertretern der beruflichen Schulen austauscht, sagt, natürlich ist es für uns elementar, dass unsere Mechatroniker an modernen Motoren ausgebildet werden können und nicht an Motoren, die mittlerweile eher in einem Museum ihren Platz finden würden und insofern unterm Strich keine Verschärfung der Situation, keine Erleichterung der Situation, sondern eine Klarheit. Das hatten wir schon signalisiert, Herr Kollege Greilich. Ich bin froh darüber, dass wir uns an dieser Stelle sehr einig sind, dass das auch vernünftig so ist. Also, Sponsorenläufe, Ausbildungsmessen und Sponsoring sind sehr vernünftig und gut. Kooperation mit den Betrieben von den Schulen ist sehr gut. Und unbürokratisch vor Ort entscheidet die Schulleitung. Das ist vernünftig, das ist praxisnah. In unklaren Fällen hilft auch das staatliche Schulamt. In unklaren Fällen hilft auch gerne die Rechtsabteilung des Kultusministeriums. Eine zweite Änderung möchte ich kurz darauf eingehen. Verlängerung der Schulpflicht um drei Jahre für Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogischen Vorbedarf. Da haben wir sehr genau zugehört, was die Fachverbände auch gesagt haben. Das haben wir gerne klargestellt und aufgenommen. Ziel und Sinn der Maßnahme ist natürlich, dass die Schüler die Möglichkeit haben, aber auch einen realistischen Blick auf diese Möglichkeit, ihren angestrebten Schulabschluss zu erreichen. Das halte ich für wesentlich. Um weitere zwei Jahre zu verlängern, wenn die Perspektiven für Berufsausbildung und für Arbeitsplatz gegeben sind, ist das der Schweiß der edlen Wert, dort die Leute zu bereiten und zu unterstützen. Meine Damen und Herren, wir haben einen dritten Punkt, der auch der Klarheit dehnt mit eingebaut, die inklusiven Schulbündnisse. Ich halte das für genau den richtigen Zweck, auch vor dem Hintergrund der Ressourcen, die natürlich nur einmal zu verausgaben sind. Deswegen die Klarstellung, dass, wenn das inklusive Schulbündnis beschließt, eine Schwerpunktschule am Ort A für einen bestimmten Förderhintergrund entsteht, dann ist natürlich nicht der Schulbezirk im Grundschulbereich dort an der Grenze angelangt, wo das Kind ursprünglich beschult werden musste. Insofern halte ich das für wichtig. Aber die Klarstellung ist ebenso wichtig, dass der Schulträger mit an Bord ist und der Schulträger diesen Beschluss entsprechend mitfasst. Insofern haben wir auch da die Rechtsklarheit, die zwingend erforderlich ist. Unterm Strich bleiben eins, Rechtssicherheit auf der einen Seite für die Praxis, andererseits auch der klare Blick immer auf das Kindeswohl. Das Kindeswohl ist das Maß aller Dinge bei den schulischen Entscheidungen, aber auch bei der Zuweisung, an welchem Ort mit welchen Fördermaßnahmen bestmöglich geholfen werden kann. Wir werfen dann, nachdem ich im Schlaglicht auf unsere Änderungsanträge eingegangen bin, einmal einen Blick auf unsere, denke ich, wirklich unterm Strich entscheidenden Leitplanken, die wir hier vorgegeben haben. Ich bin froh, dass wir auch jenseits der eigenen Koalitionsstärke durchaus noch Unterstützung finden und heute in zweiter Lesung das Schulgesetz beschließen können. Uns sind Leitlinien von besonderer Bedeutung. Das ist einmal die Sicherung der Ausbau von Qualität an Schule und Unterricht, die bestmögliche individuelle Förderung und natürlich die Stärkung der Wahlfreiheit in einem mehrgliedrigen und vielfältigen hessischen Schulsystem. Ich glaube, das ist eine gute Botschaft auch für die Planungssicherheit der Schulen. Eine gute Botschaft ist ebenfalls, meine Damen und Herren, da haben die Schulen zu Recht Anspruch darauf, dass die Planungssicherheit auch jenseits von Legislaturperioden ein Stück weit gegeben muss und nicht jedes Mal aufs Neue alles auf den Kopf gestellt wird. Der Kollege Wagner ist sehr dankbar dafür, dass er sehr deutlich unterstrichen hat, dass dieses Schulgesetz mit einer großen Ruhe nicht ideologisch, sondern mit großer Ruhe beraten worden ist und heute, das finde ich bemerkenswert, auch in zweiter Lesung auf den Weg gebracht wird, sodass der Schweiß, den wir hier investiert haben, die Zeit, die wir gemeinsam investiert haben und die Debatten, die wir gemeinsam geführt haben, die Sache wert waren. Kollege Wagner hat auch schon darauf hingewiesen, dass das größte Ausbauprogramm im Ganztag, was es jemals gab, Herr Kollege Degen, das ist der wesentliche Unterschied. Wir machen es mit den Menschen, für die Menschen, wie die Leute vor Ort es haben wollen, auch wenn sie das sehr belastet. Parallel dazu bestehen noch die... Herr Präsident, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ich freue mich auch, wenn die Geräuschkulisse dann so ist, dass man sein eigenes Wort noch versteht. Insofern sind die Freiwilligkeit mit dem Pakt für den Nachmittag mehr als die Hälfte aller Schulträger dabei. Darüber hinaus sind alle Anträge auf gebundene und rhythmisierte Programme im Kultusministerium genehmigt worden. Das heißt nicht schwarz-weiß, sondern wir machen es mit Maß und Mitte. Das halte ich auch für grundvernünftig. Das ist der Anspruch, den wir an vernünftige Bildungspolitik haben. Zu den inklusiven Schulbündnissen habe ich eben schon gesagt. Wichtig ist mir, hierzu zu betonen, dass die Förderschulen in den inklusiven Schulbündnissen durchaus eine wesentliche Rolle auch in Zukunft spielen werden. Zweitens. Herr Präsident, ich bin mehrfach unterbrochen worden. Herr Kollege, das bestimmen wir hier oben. Ich komme zum Ende. Herr Kollege, Sie kriegen noch einen Augenblick ab, damit ich das allen erläutere. Ich habe schon während Ihrer Rede auf die Ruhe hingewiesen. Dann gibt es manchmal lauter Zwischenrufe. Aber trotzdem müssen Sie zu Ende kommen. Ich gebe Ihnen noch 30 Sekunden. Herr Präsident, ich komme sehr gerne zum Ende. Dass auch die Förderschulen in privater Trägerschaft Teil des inklusiven Schulbündnisses sein dürfen. Ich habe jetzt leider nicht mehr die Zeit, die weiteren Schlaglichter und Glanzlichter hier darzustellen. Ein guter Tag für die hessische Schullandschaft, ein guter Tag für die Schulen, die Lehrer und die Schüler. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, auch dank der positiven Rückmeldung von der FDP-Fraktion, dass wir heute mit großer Mehrheit dieses Hessische Schulgesetz auf den Weg bringen können. Herr Kollege, bitte. Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank und dann noch einen schönen Abend. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN 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 Das Wort hat Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herr Minister, wir beginnen erst, wenn Ruhe ist. Ich habe ja Zeit heute Abend für einige andere. Herr Kollege Schmitt, das gilt auch für Sie. Alle pädagogischen Grundsätze. Meine Damen und Herren, das Wort hat Herr Kultusminister. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, Sie nehmen schwarz-prometern. Ich glaube, Sie nehmen schwarz-prometern. Ich glaube, Sie nehmen schwarz-prometern. Ich weiß nicht, was ich jetzt sage. Ich weiß nicht, ob das Mikro geht, nicht? Gut, dann fangen wir noch einmal von vorne an. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Abg. Schwarz hat die wesentlichen Leitlinien genannt. Die Sicherung und Entwicklung der Qualität von Schule und Unterricht, die bestmögliche individuelle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler und die Stärkung von Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit im hessischen Bildungssystem, sind die Leitlinien, die die Bildungspolitik dieser Landesregierung in dieser Legislaturperiode bestimmen. Das sind auch die tragenden Prinzipien dieser Schulgesetznovelle. Meine Damen und Herren, die nun wirklich breit angelegte Anhörung, die wir im Landtag durchgeführt haben, mit den Gewerkschaften, mit den Schülereltern und Lehrerverbänden, mit den Kammern, mit allen in das Bildungssystem involvierten Organisationen, haben uns nicht nur bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, sondern sie haben uns vor allem auch in unserer Vorgehensweise bestellt. Uns geht es nicht darum, Schülern und Eltern ideologische Konzepte überzustimmen, sondern unser Ziel ist es, das Schulsystem vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen und anhand von Nachfrage und Bedarfen behutsam fortzuentwickeln. Der Ausbau der Ganztagsangebote ist dafür ein gutes Beispiel. Wir setzen auf einen bedarfsgerechten Ausbau. Dazu gehören freiwillige Angebote am Nachmittag genauso wie gebundene Ganztagsschulen. Es gibt hier keinen allein und alle seligmachenden Königsweg. Deswegen ermöglichen wir eine qualitätsgesicherte Vielfalt von offenen, von gebundenen und auch von teilgebundenen Angeboten und verankern diese Vielfalt gleichberechtigt im Gesetz. Meine Damen und Herren, damit tragen wir sowohl pädagogischen Erkenntnissen als auch der hier notwendigen besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf Rechnung. Die Weiterentwicklung der inklusiven Beschulung ist auch ein gutes Beispiel für unsere Vorgehensweise, wie der Fraktionsvorsitzende Wagner so gerne mit dem Begriff ermöglichen statt verordnen charakterisiert. Der hat ihn heute nicht verwendet, hat er ihn wahrscheinlich mir übrig lassen wollen. Ich will es auch nicht versäumen, anzusprechen. Denn auch hier gilt, es geht nicht um die Verwirklichung eines ideologischen Traumbilds, sondern es geht um eine behutsame Fortentwicklung, entsprechende Nachfrage und den Bedarfen von Schülern und Eltern und eben nicht um eine Umsetzung mit der Brechstange, verehrter Herr Greilich. Deswegen wollen wir auch hier Wahlfreiheit schaffen und erhalten, damit Eltern für ihre Kinder entscheiden können, was das Beste für sie ist. Hier haben wir auch in der Anhörung genau zugehört. Wir sind schon mit einem Vorschlag zur Wiederermöglichung des 13. und 14. Schulbesuchsjahres im Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung in die Debatte gegangen, als Reaktion auf eine neue Rechtsprechung zur existierenden Gesetzeslage, um Möglichkeiten, die in der Verwaltungspraxis schon existierten, zu erhalten und die Kriterien dafür zu präzisieren. Dann haben wir in der Anhörung gesehen, dass die von uns formulierten Kriterien missverstanden werden können. Deswegen – dafür bin ich den Regierungsfraktionen sehr dankbar – legen wir jetzt einen neuen Vorschlag vor, der diese Missverständnisse dann hoffentlich – ich bin aber auch davon überzeugt, dass er das tut – ausräumen wird. Meine Damen und Herren, ansonsten tun wir im Interesse der Wahlfreiheit beides. Wir erhalten die hohe Expertise der Förderschulen, und gleichzeitig schaffen wir neue Möglichkeiten für die Stärken der Inklusion, aber ohne Schulen und Schulträger zu überfordern. Das ist der Sinn unserer neuen inklusiven Schulbündnisse, die alle Entscheidungsträger vor Ort an einen Tisch bringen werden, um gemeinsam nach dem bestmöglichen Förderweg für jedes Kind zu suchen und die Ressourcen den Bedarf entsprechend zu steuern, damit möglichst kein Elternwunsch abgelehnt werden muss, aber das Kindeswohl bei der Wahl des Förderortes stets im Mittelpunkt bleibt. Diese Balance zu halten, das ist typisch für schwarz-grüne Bildungspolitik in dieser Legislaturperiode. Meine Damen und Herren, auch im Übergang von der Schule in den Beruf praktizieren wir diese Vorgehensweise der behutsamen und bedarfsgerechten Fortentwicklung. Unser duales Ausbildungssystem wird weltweit immer wieder als herausragend angesehen, aber ungeachtet dessen wollen heute auch mehr denn je junge Menschen studieren. Beides muss in Einklang gebracht und den neuen Anforderungen angepasst werden. Auch das ist ein Akt der Balance. Wichtig ist dabei, insbesondere ausreichend zu informieren und zu qualifizieren für den nächsten Lebensabschnitt, für die berufliche Ausbildung und oder für ein Studium. Deswegen werden wir die Berufs- und Studienorientierung in den Schulen stärken und gleichzeitig den Übergang von der Schule in den Beruf neu strukturieren, indem wir beispielsweise die bestehende einjährige höhere Berufsfachschule schrittweise in eine neue Schulform überführen, den Produktionsschulen einen festen Platz im Schulsystem zuweisen und die neue Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung als Modellversuch weiterentwickeln. Meine Damen und Herren, so umfasst diese Schulgesetznovelle noch viele weitere Änderungen. Die unseren drei Leitlinien, also Sicherung der Unterrichtsqualität, individuelle Förderung, Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit folgen, auf die ich hier natürlich mit Blick auf die Uhr nicht weiter eingehen kann. Außerdem habe ich sie schon in der ersten Lesung zum Teil aufgezählt, und die Anhörung hat auch zu diesen Punkten keinen Änderungsbedarf ergeben. Ich nenne die Verankerung des Parallelangebots G8 und G9 im gymnasialen Bildungsgang. Ich nenne die Möglichkeit der kompletten Binnendifferenzierung an integrierten Gesamtschulen. Ich nenne die Ablösung der bisherigen Schulinspektion durch eine neue Schulevaluation. Und ich nenne die Wiederzulassung neuer eigenständiger gymnasialer Oberstufen. Änderungsbedarf hat die Anhörung dagegen ergeben, bei der erstmaligen Verankerung des Werbeverbots – das ist in der Debatte schon wesentlich tiefgehender und breiter erörtert worden, als es diese Änderung tatsächlich verdienen würde. Denn beabsichtigt war – ich bin froh, dass wir das jetzt noch einmal klarstellen konnten –, dass wir gesetzlich festschreiben wollten, was in der Theater schon existierende und bewährte Regeln sind, weil dieses Bedürfnis für eine gesetzliche Verankerung da war. Die ganze Diskussion, die sich darum gerankt hat, dass wir hier plötzlich ganz neue, scharfe Regeln etablieren, oder dass wir das jetzt wieder aufweichen, Das ging eigentlich alles an der Sache vorbei. Aber man lernt ja auch dazu, was die mögliche Missverständlichkeit von Formulierungen anbetrifft. Wir haben gerne die Gelegenheit ergriffen, das zu präzisieren. Ich nehme auch gerne auf, wenn Sie sich das auf die Fahne schreiben möchten. Wir wollen uns dann auch nicht über Unterschiede in den einzelnen Formulierungen unterhalten. Es ist schön, wenn sich die FDP-Fraktion jetzt auch hier der Schulgesetznovelle anschließen kann. Meine Damen und Herren, deswegen möchte ich abschließend sagen, die bescheidenen Änderungswünsche der Opposition haben mich insgesamt in dieser Debatte sehr beruhigt. Die FDP, das haben wir schon gesagt, versucht, in zwei Bereichen, die wir sowieso bearbeiten, einfach noch einen anderen Akzent zu setzen. Sie sagt jetzt aber dankenswerterweise, so sehr kommt es auf diesen anderen Akzent auch nicht an. Deswegen stimmen wir mit. Das finde ich gut. Ich bedanke mich auch herzlich dafür. DIE LINKE fordert Dinge, gerade im Bereich Inklusion und Ganztag, die schlichtweg völlig fern der Realität sind. Aber das ist auch keine wirkliche Überraschung. Die SPD macht hier im Gesetzgebungsverfahren – wir reden jetzt nicht von Positions- und Programmpapieren, die Diskussion führen wir, glaube ich, noch einmal an anderer Stelle –, aber hier im Gesetzgebungsverfahren hat sie nichts eingebracht. Ich kann verstehen, das ist auch das beste Argument, das man dann bringen kann, Herr Abg. Degen, wenn Sie sagen, dieses Schulgesetz ist für uns ein so kleiner Wurf, dass es sich auch nicht lohnt, in die dritte Lösung zu gehen. Deswegen lohnt es sich auch nicht, den Änderungsantrag zu machen. Das Argument hätte ich an Ihrer Stelle auch gebracht. Vizepräsidentin Heike Habermann, Herr Schäfer-Gümbel, ich darf aber doch bewerten, wie es zu verstehen ist, dass Sie sagen, bevor nicht die Enquete abgeschlossen ist, machen wir hier überhaupt keine Änderung. Das bedeutet jetzt rein vom Zeitablauf, dass Sie sich innerlich von dieser Legislaturperiode in Sachen Schulgesetz verabschieden. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf von der SPD Beifall bei der SPD – Zuruf von der SPD – Zuruf von der SPD – Zuruf von der SPD Meine Damen und Herren, immer noch hat der Minister das Wort. Bitte schön. Ich freue mich auf weitere inhaltliche Auseinandersetzungen dieser Art. Aber ich darf einfach einmal feststellen, hier jedenfalls in diesem Verfahren liegt nichts vor. Mögen wir es der Diskussion draußen überlassen, die das zu bewerten ist. Wir haben jedenfalls in dieser Legislaturperiode gehandelt, um unsere Schulen fit für die Zukunft zu machen. Dafür ist diese Schulgesetznovelle ein wesentlicher Baustein. Deswegen bedanke ich mich dafür für das hier gesendete Signal, dass sie jetzt zum Gesetz erhoben werden soll und auch für die Aufmerksamkeit für meine Redezeit. Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN. Wer diesem Änderungsantrag zum Entwurf zustimmen kann, bitte ich für das Handzeichen. Das sind CDU, GRÜNE und FDP. Wer ist dagegen? Das sind SPD und GRÜNE. Dann haben wir festzustellen, dass dieser Änderungsantrag angenommen worden ist. Damit können wir jetzt über den Gesetzentwurf abstimmen, inklusive des eingebrachten Änderungsantrags. Wer diesem nun vorhandenen Gesetzentwurf eine Zustimmung geben kann, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU, GRÜNE und FDP. Wer ist dagegen? Das sind die SPD und DIE LINKE. Enthaltungen? Dann stelle ich fest, dass dieser Antrag von den Stimmen von CDU, GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen von SPD und LINKEN angenommen worden ist und wird damit zum Gesetz erhoben. Meine Damen und Herren, die Sitzung wurde beendet. Ich lade Sie ein für morgen früh um 9 Uhr. Dann kommen wir doch mal, wenn Sie uns doch nicht einladen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.